Hallo liebe Freunde des Gipfling-Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Papers, Please. Wir schreiben den 18. Dezember 1982 und das Gesundheitsministerium agiert. Abermals ist heute Murmeltiertag, denn unser Chef kommt diesmal nicht angefahren, weil wir seinen Kumpel oder seinen Love Interest von früher dann doch durchgelassen haben. Und jetzt können wir auch ganz normal weiterspiegeln. Wir brauchen einen Impfnachweis. Jeder braucht diesen Impfnachweis. Das bedeutet, brauchen wir keine Unterschiede machen. Aber was ist eigentlich mit den mit den Leuten aus United Federation? Die dürfen wir jetzt wieder reinlassen. Das ist jetzt durch die Polio, durch den Polio-Impfnachweis hat sich das abgewechselt. So, und da ist es auch schon. Javier Severity. Javier Severity. So, Short Wavy Hair. 61 Kilo. 1,70 Kilo. Ist noch gültig. Das stimmt schon mal so weit. Ähm, gültig Frau. Ja, X stimmt. Ja, drei Monate besuchen. Ja. Ist auch noch gültig. Und Polio war es, ne? Äh, das heißt, das stimmt auch. Ja, die stimmt auch. Und dann stimmt alles. Wird sie gesucht? Nein. Approved. Ui. Mein Computer macht Spiranzchen. Ich hoffe mal, das ist nicht daran, dass die Festplatte wieder voll ist. Das gute alte Problem bei mir. Die volle Festplatte. Naja, wenn die Festplatte voll wird, dann bricht die Aufnahme einfach ab. Das werden wir schon merken, wenn es dann so weit ist. So, aber ihr seht schon, wenn selbst Papers, please, hier anfängt zu rückeln, ja, dann ist das kein gutes Zeichen. Aber er hat sich wieder gefangen. Mare du Genchef. Mare du Genchef. Ja, ha, na, na. Stimmt. Ist gültig. Ist gültig. Ball stimmt. 71 Kilo. 1,70 Kilo. Polio. Ist auch noch gültig. Ja. Mare du Genchef. Was hat er vor? Will Moffier. Immigrate. Ja. Herzlich willkommen. Wie, da war irgendwas gefälscht. Aber wir haben ja schon gesehen, wenn was gefälscht ist, dann können wir das im Nachhinein noch feststellen und den Computer drauf hinweisen. Dann können wir die Leute trotzdem noch festnehmen. Ein schöner Tag. Die Papiere. Do you know Sergio? Oh, Elisa. Ja, ich kenne Sergio. Ich helfe Sergio sehr gerne. Bitte, meine Familie ist weg. Ja, ja. Ich habe nur noch Sergio. Danke dir. So viel, so viel. Ich werde nie vergessen. Sie kommen aus Italien übrigens. Sehr schön. Warum bekomme ich hier keinen Token? Weil ich den schon mal bekommen habe. Ja, ja. Da hat alles gefehlt. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Christopher Jacobs würde gerne einreißen, hat aber keinen Polio-Nachweis. Er glaubt nicht an die Macht der Impfung. Da haben wir ein, ähm, ja, da haben wir ein kleines Problem dann. So, das kann hier auch weg. Jetzt ist hier wieder alles aufgeräumt. Brauchen wir den eigentlich noch? Naja. Schauen wir mal später. Äh, Pablo, äh, Lesgar. Lesgar, Pablo, Lesgar, V9, Polio, 81, ist auch noch gültig. Äh, er hat irgendwas gesagt? Sollte uns das zu denken geben? Mustache, 105 Kilo, 1,76. Äh, ist gültig, ist gültig, ist gültig. Was hat er denn gesagt alles? I've heard this is very strict checkpoint. I'm glad my papers are in order. Das ist aber auch nicht zu entscheiden. Transit, two days. Mhm. Mustache, das stimmt alles soweit, ne? Jaja. Gesucht wird er auch nicht. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Gut, dass deine Papiere in Ordnung sind. Oder? Ja, doch. Hi. Äh, Polio ist gültig schon. Sean Wilkowski. Lustiger Bad. Great Rapid ist gültig. 83 Kilo, 1,71. Die Frisur stimmt auch. Ist gültig. Sean Wilkowski, UF Immigrate Forever, ist auch gültig. Move hier. Halt, United Federation. Doch, die dürfen wieder rein. Die dürfen wieder rein, wenn sie einen Impfnachweis haben. Der nächste, bitte. Die dürfen wieder rein. Wie ich mich schon ausdrücke. Unsere United Federation-Nachbarn dürfen hier. Ovin Sandoskli. Ovin Sandoskli. Wird nicht gesucht. Die darfst du auf dem Foto. Ist gültig. Male Paradisjna. Arztotzka. Aus dem Altan-District. Das heißt, wir müssen den konfiszieren. 1,74. Das passt. Aber du darfst rein. Da ist nichts gegen einzuwenden. Ei, 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 ei. Also wenn ich hier vom Stuhl kippe, dann liegt das daran, dass das Spiel so unglaublich anstrengend ist. Ja, da macht mein Körper irgendwann zu. Da, da falle ich vom Stuhl und aus ist. Hallo. Alexander. Alexander. Reed. What the? Haben wir schon öfter gehabt? Was war denn das für ein Aufstand? Sag mal. Huiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui aber schon wieder, haben wir wieder 5 Dollar verloren, ne? Ei, ei, ei! Ja, unsere Skills, da kannst du so gut sein, wie du willst. Ähm, koordinierte Grenzbruch, ja? Crestian Territory remains dividing issue. Ja, Christine, also unsere, unsere Ecke hier, ja, bleibt nach wie vor Streitthema zwischen uns und, äh, anderen Staaten. December 19th, in order to improve efficiency, die Entrypermit and ID Supplement have been consolidating once in an Accesspermit. Endlich! Thank you for everything. Lass mich schreiben, was du willst. Elisa ist so, so glücklich hier. Sie sagt, unser erster Sohn wird deinen Namen tragen. Das ist schön, aber ich habe ihr gesagt, ich will zuerst eine Tochter. Oh, Jota Locker hier, äh, do you still have it? Yes, I have. Ah, I missed not having this with me. Wir haben, wir haben, ja, wir bringen dir heute ein kleines Dankeschön vorbei. Morgen werde ich versetzt. Bleib sicher, mein Freund. Stay safe. Stay safe mit bleib sicher zu übersetzen, das ist wagemutig. Bestenfalls wagemutig. In order to improve efficiency, ja, also Entrypermit and ID Supplement sind es zusammen, in ein Accesspermit, also eine Einreisegenehmigung. Entrypermit, Accesspermit. Entry und Access ist fast dasselbe. Foreigners are now required to present a valid Accesspermit. Yesterday's coordinate attack has prompted an emergency meeting. An important collegian negotiator will arrive today to discuss issues at this checkpoint. Continue to confiscate are Totscam Passports from residents living in Altan District. Okay. Also heute kommt ein, äh, Ver, Ver, Handler, Vermittler. Wie heißt denn Leute? Auch bei Geiselnahmen, die da mit den Geiselnehmern reden, das sind die Negotiator, die Verhandler. Du Negotiate, verhandeln. Ihr wisst, was ich mein. Ähm, werden heute, wird heute eintreffen. Und ein bisschen mit mir labern. Ich hab zu tun, das ist schon klar, ne? Altan District wird weiterhin konfisziert und dann bleibt ja fast alles beim Alten. Unsere Arbeit wird ein bisschen erleichtert. Dann haben wir nicht mehr fünf Dokumente. Wobei, gestern haben wir gar nicht fünf Dokumente gehabt, ne? So, Gregory Beilstein. Wird nicht gesucht, schade. Gregory Beilstein ist gegen Polio geimpft. BQ erlabert irgendwas von wegen, äh, immer das, äh, Nationality Import. Gregory Beilstein. ID-Number stimmt. Visit for the days. Stimmt das dann auch? Ja. Ähm, 70 Kilo, also 5,6 Sport, gültig, gültig, Wiehe, du flunkerst mich an. Zum Kado. Wiehe, es gibt kein Zum Kado in, äh, Import. Gut, es gibt ein Zum Kado in Import. Sie haben was im Auge. Government plans to yield to Collegian demands and further annex Christine. Negotiation must be impeded. Allow Collegian Diplomat entry, but confiscate Passport first. Easyg agent will follow to assume identity. Okay, also unser, der, der, oh, der Gesandte aus Collegian kommt heute und wir sollen sein Passport konfiszieren. Damit, ja, wir werden, wir werden das machen. Ja, wir spielen ja, äh, diesmal so, dass wir mit der EZG kooperieren, soweit das eben geht, solange wir nicht jetzt, äh, festgenommen werden. Joita Ehrenström. Joita Ehrenström. Wird gerne ein paar Wochen hierbleiben und ist geimpft. Das ist doch schon mal sehr gut. Kommt das Republia. Wird gern. Ja, zwei Wochen. Hab ich gerade eben gesagt. 3,6 Kilo. 1,79. Bobbed her. Enter by. Dritter zwölfter. Nö, 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 nö. Your document has expired. I'm sorry to give you a red stamp, but you are not allowed to enter our glorious country. Country, nicht country. Einen schönen guten Tag. Rissa Albarnowna aus dem Altandistrict. Okay, so wie es aussieht, darfst du rein, aber ja, wir müssen deinen Ausweis behalten. Äh, bei 1,76, 48 Kilo. Das sieht, das war sogar gut aus und dann, boah, sieht gut aus. Äh, approved. Zack, zack, zack. Wo ist mein Ausweis? Da fragst du noch. Hat sich, hat sich doch schon längst rumgesprochen. Hast du nicht das Christina Tageblatt gelesen? Der nächste, bitte. Einen schönen guten Tag. Natascha Scevowska. Natascha Scevowska. Kommt nicht aus dem Altandistrict. Deswegen können wir sie auch gerne hier reinlassen. Sie wiegt 26 Kilo, 1,75. Orishov Venor, kennen wir. Female, ja. Äh, ist gegen Polio geimpft. KV, wo ist es? Ja. Ja, Glückwunsch. Sie haben alles richtig gemacht in ihrem Leben. Dazu bei Glückwünsche ist sie recht herzlich. Der nächste, bitte. Einen schönen guten Morgen. Die Papiere, bitte. Cordon Calo. Ist gegen Polio geimpft. Und gegen Yellow Fever. Cordon Calo. Wird nicht gesucht, so wie es aussieht. Ist, bist du der, bist du der Typ? Collegia. Ja, ne? Sieht so aus, als ob du das wärst. Wir behalten den mal hier. Bestes sicher ist das. Approved. Wurzern Sie keinen Ärger. Ihr Passwort ist konfisziert. Geben Sie mir den Passwort zurück. Na, 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 na. Rufen Sie einfach die Nummer an. Auf dem Schlip, den ich Ihnen gegeben habe. Zibabar. Julia Fuchir. Mag hier Sport betreiben, professionell. Julia Fuchir ist auch gegen Polio geimpft. Das hier stimmt schon mal. Julia Fuchir kommt aus Impor. Hat ein ID-Number. Aber der hat einen Monat hier. Das stimmt soweit. Hat sie das auch gesagt? Ja. 1,69 bei 57 Kilogramm. Short curly hair. Und es ist alles gültig soweit. Tisch nicht vergessen. Genau. Kein Ärger vor Sachen und viel Erfolg bei Ihren sportlichen Unternehmungen. Einen schönen guten Morgen. Ich habe ihn eintreten sehen. Give his passport to me. Okay. Ich hoffe mal, dass das der richtige ist. Ah, gut. Ich sehe fast so aus wie er. Wirklich? Ich muss noch mein Mustache abrasieren. Aber wir machen alle. Wir machen alle. Approved is weiser. Ja, Herr. Ja. Approved. For Azotska and the order. Na gut. Ich hoffe mal, dass er das war und nicht jemand, der nur so tut, als ob er für die Ezek arbeiten würde. Aber klappt schon. Klappt schon. Juna and Thavowell. Juna and Thavowell. East Christine. Faradesto District. 1,8890 Kilo. Passt. Polio ist aktuell. East Christine ist unsere Seite. Ja. Ist gültig. Das hier stimmt auch überein. Ja. Doch. Kann man, kann man es so reinlassen. Wenn er mich fragt. Kann man es so reinlassen. Reinlaschen. Reinlassen. Der, oh, was war es denn? Das Foto hat nicht gestimmt. Das war ein fetter, bärdiger Mann. Anna Nowak. Einfach nur so arbeiten. Ja. Für ein Jahr. Äh, Anna Nowak. True Glorian. Im Gegensatz zum normalen Glorian. Sie ist gegen Polio geimpft. Das steht hier. Anna Nowak. Republia. Das stimmt. Work one year. 1,72. Jupp. Dann 53 Kilo. Das stimmt auch. Gerade ist harter. Gehen wir lieber nochmal auf Nummer sicher. Matching Data. Ähm, Enter by. Wir haben den 19.12. Und damit ist alles soweit. Okay, wenn ihr mich fragt. Ja. Sie hätte jetzt eigentlich 5 Ausweisargumente gehabt, wenn die, das ID Supplement und die Einreisegenehmigung nicht zusammen gewesen wären. Ordin Blandow. Aus Westchristin. Ja. Polio ist aktuell. Ordin Blandow. Würde gerne für immer hier einreisen. I can't believe it's my wife. Hat ein Goatee. Das stimmt nicht. Das ist kein Goatee. Wo hat der denn bitte ein Bart? Gut. Wenn es heißt Matching Data. Wäre er gesucht? Nee. Kommt ihr hier rein? Ich habe noch anderes zu tun heute. Außer dem Computer zu widersprechen. Invalid ID Number. Sana Sidikova. Da fällt mir schon was auf und dann ist es das nicht. Noch ein Diplomat. Hm. Wollen wir dem glauben. Er wird zumindest nicht gesucht. Gegen Polio ist er geimpft. Sana Sidoka KS. Ja. Arzotzka stimmt auch. Ist das auch nicht gefälscht? Oh Pristan. Ah. Jetzt ist der Zug abgefahren noch jemanden zu finden für heute. Female. Da haben wir es doch. Gut, dass wir uns nochmal vergewissert haben. Was soll die Frage? Natürlich bin ich geschlechtslos. Jeder Diplomat ist geschlechtslos. Das geht ja gar nicht anders. Er ist eine Frau. Sie ist eine Frau. Natürlich ist sie eine Frau. Klaro. Approved. Soweit ich das sehen kann. Sie haben zumindest alle biologischen Merkmale, die eine Frau hat. Hi, hi, hi. Wie viele Tage sind es noch? Noch drei. Das heißt, nächstes Mal ist wahrscheinlich großes Finale, ne? Oh, Elisa hat uns 100 Dollar geschenkt. Elisa, Elisa. Und die EC 20. Oh, und 50 verdient. Oh, aber ein Penalty. Na gut. Aber das sind dann heute 65 Dollar gewesen, die wir ausgegeben haben. Ach, schauen wir noch rein. 105 Dollar haben wir gut gemacht. Yeah, 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 yeah. So, das bedeutet, in den nächsten paar Folgen werden wir dann uns wohl um Ausweispapiere kümmern müssen, die uns woanders hinbringen. Ich bedanke mich für's Zuschauen und freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egon Son. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020